Burger King ist ein weltweites Fast-Food-Imperium. Deutschland ist der zweitgrößte Markt nach den USA. Der Hamburger Riese setzt auf Expansion. Und das mit aggressiven Mitteln. Immer häufiger gerät Burger King in die Schlagzeilen. Mitarbeiter klagen über Mobbing, Schikane, Drohungen. Ich hatte Angst, ja. Ich wollte dann selbst Mobbing beginnen. Selbst Restaurantbetreiber bleiben auf der Strecke. Es klingt als wohlhabender Mann rein und kam als Armarmann raus. Was läuft bei der Burger-Kette schief? Burger King meint, ein System gefunden zu haben, welches eine Expansion in Deutschland ermöglicht, ohne Risiko für Burger King selber. Der Verdacht, wer nicht mithalten kann, fliegt raus. Dass dabei sehr viele Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren oder Franchise-Nehmer als Kollateralschaden ihrer Existenzen, das gehört einfach dazu. ZDF Zoom will wissen, was ist los bei Burger King. Burger King gilt als ewige Nummer zwei. Immer im Windschatten von McDonald's. Woran liegt das? Am Produkt? Geschmackstest in Hamburg. Lust auf Burger und Pommes? Wir machen eine nicht repräsentative Stichprobe. Burger King gegen Branchenprimus McDonald's. Wopper gegen Hamburger Royale. Die Burger sind neutral verpackt. Einzig der Geschmack soll entscheiden. Lässt sich einen Unterschied feststellen? Links fand ich jetzt persönlich besser. Hier finde ich den Käse nicht so lecker auf der Seite. Am Ende ein eindeutiges Ergebnis. Burger King gewinnt gegen Marktführer McDonald's. 14 zu 6 siegt der Wopper. Der Geschmack kommt also gut an bei den Testern. Dennoch hat Burger King ein Imageproblem. Viele Restaurants wirken unmodern, bisweilen altbacken. Geht der oberste Burger-Boss, Andreas Borg, deshalb in die Offensive? Die RTL-Doku-Soap-Undercover-Boss bietet ihm einen werbewirksamen Auftritt vor einem Millionenpublikum. Borg geht auf Tuchfühlung mit den Kollegen an der Basis. Er präsentiert sich verständnisvoll, einfühlsam. Sein emotionaler Auftritt vermittelt den Eindruck, in der Burger King-Familie kümmert sich der Boss noch um den kleinsten Mitarbeiter. Ich habe vor allen Dingen gesehen und gehört, dass der Job auch für andere Leute echt stressig ist. Ich habe unheimlich viel Spaß gehabt, aber vor allen Dingen viel gelernt. Burger King, ein sympathischer, fairer Arbeitgeber. Das zumindest suggeriert der RTL-Auftritt des Deutschlandchefs. Wir erfahren aber, die Arbeitsbedingungen sollen vielerorts ganz anders aussehen. In Berlin etwa und in Hamburg. Wir nehmen Kontakt zu einem Anwalt auf, der uns bestätigt, dass Mitarbeiter aus mehreren Hamburger Filialen gegen ihren Arbeitgeber klagen. Wir verabreden uns mit ihm vor dem Arbeitsgericht. Er bringt einige seiner Mandanten mit. Sie erzählen, dass ihre Probleme 2010 anfingen, als ein neuer Chef die Burger King-Filialen übernahm. Mit rüden Methoden habe er versucht, die Mitarbeiter loszuwerden, die bessere Verträge hatten oder im Betriebsrat waren. Der Restaurantleiter, der wollte mich also fertig machen und dann habe ich so gegen ein Gewehr, sag ich mal, und der hat mir so Spachtel gegeben. Ich musste ja so rausgehen, ja draußen auf der Straße, auf der offenen Straße. Dort sollte er Kaugummis vom Boden kratzen. Der Restaurantleiter soll dann gesagt haben, dass er so lange putzen müsse, bis er seine eigene Kündigung unterschreibe. Mehrere Monate sei er so drangsaliert worden. Am Ende, ich wollte dann mit Selbstmord begeben. Sie wollten Selbstmord begeben? Ja, Selbstmord, weil mir dann am Ende, ich konnte überhaupt nicht. Ist das Ihnen auch passiert oder? Ja, sie haben mich mehrere Tage hintereinander unter Druck gesetzt. Einmal wurde ich stundenlang bedrängt, aus dem Betriebsrat auszutreten. Dann sollte ich am Ende einer langen Schicht auch meine Kündigung unterschreiben. Irgendwann habe ich das auch getan, weil ich Diabetiker bin. Ich brauchte Zucker und ich war richtig nervös. Ich hatte Angst um mein Leben. Herr Kohl, können Sie sagen, worum es da jetzt genau ging? Was war das für ein Papier, das er unterschreiben sollte? Also in diesem Fall war es so, dass er im Betriebsrat war. Und ihm wurden drei Dinge vorgelegt. Einmal ein Aufhebungsvertrag. Zum Zweiten eine Eigenkündigung. Das ist also selber kündigt, das Arbeitsverhältnis nochmal. Und zudem ein unterschreibungsfähiges Dokument im Hinblick auf das Ausscheiden aus dem Betriebsrat. Und wir haben sie im Nachhinein dann angefochten aufgrund dieser Situation, die eben beschrieben worden ist. Und dass letztlich eine Situation vorlag, wo er nicht mehr her seiner Sinne war, sag ich mal. Wo er letztlich unterzuckert war und durch den Drohungsaspekt und durch das Unterdrucksetzen letztlich unterschrieben hat, einfach nur um aus der Situation rauszukommen. Und er hat vor Gericht gewonnen? Vor Gericht ist dieses Verfahren in beiden Instanzen für uns ausgegangen. Kohl vertritt rund 50 Burger King-Beschäftigte vor dem Hamburger Arbeitsgericht. Fast alle Urteile gingen bisher zu ihren Gunsten aus. Viele Jahre lang hatte ich in der Firma sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Erinnerungen habe ich noch. Aber die Monate unter dem neuen Chef, die waren die schlimmsten in meinem Leben. Wir schleusen einen verdeckten Mitarbeiter in eine der Hamburger Filialen ein, bei denen es immer wieder Probleme gibt. Er dreht mit versteckter Kamera. Beim Vorstellungsgespräch bietet der Restaurantleiter ihm drei Tage Probearbeit an. Unbezahlt. Unser Mitarbeiter soll überall eingesetzt werden. Der Restaurantleiter weist darauf hin, dass es im Kassenbereich Kameras gibt. Er erklärt. Wir können alles sehen, was du machst. Arbeiten unter ständiger Beobachtung. Und wie viel kriege ich die Stunde? 7 Euro. Wenn du gut bist, 7,10 Euro, vielleicht auch 7,20 Euro. Andere Mitarbeiter bekommen sogar noch weniger, findet unser Undercover-Mitarbeiter raus. Was verdienst du denn jetzt? Pro Stunde sind das 6,60 Euro. 6,60 Euro die Stunde? Ja. Das ist deutlich unter Tarif. In dieser Branche liegt der Mindestlohn eigentlich bei 7,71 Euro. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen war der Restaurantbetreiber nicht verpflichtet, den Tarifvertrag anzuerkennen. Unser Mann soll an der Kasse arbeiten. Der Schichtleiter weist darauf hin, fehlen am Ende des Monats mehr als 15,34 Euro, wird das Geld vom Lohn abgezogen. Nach Ansicht der Gewerkschaft ist das rechtlich fragwürdig. Unser Mitarbeiter erfährt, Trinkgeld müssten die Burger King-Mitarbeiter abgeben, das Kassiere der Chef. Wir beobachten, Löhne sind unter dem sonst üblichen Tarif. Es gibt fragwürdige Klauseln bei einem Kassenminus. Mitarbeiter fühlen sich ungerecht behandelt. Wir wollen den Restaurantbetreiber Sandro Mura mit unseren Recherchen konfrontieren. Er führt insgesamt 15 Burger King-Filialen im Raum Hamburg. Der offizielle Firmensitz ist ein Privathaus. Dort treffen wir seine Ehefrau an. Sie richtet uns aus, dass ihr Mann Sandro Mura zu keinem Interview bereit sei. Also schicken wir ihm eine E-Mail, bitten um eine schriftliche Stellungnahme zu unseren Recherchen. Antwort bekommen wir von seinem Anwalt. Der teilt uns mit. Mitarbeitern ist untersagt, Trinkgelder anzunehmen. Es ist nicht richtig, dass Mitarbeiter an der Kasse überwacht werden. Richtig ist vielmehr, dass die Kassen als solches überwacht werden. Zum Mobbing-Vorwurf heißt es. Eine Verurteilung gab es nur in einem, dem Unterzeichner bekannten Fall. Zu den niedrigen Löhnen schreibt er Mura habe. Sorge getragen, dass etwaige untertarifliche Bezahlungen angepasst wurden. Unsere Recherchen ergeben, auch Mitarbeiter aus anderen Filialen in Deutschland klagen über schlechte Arbeitsbedingungen. Burger King Deutschland ist dort nicht der Arbeitgeber. Denn Burger King betreibt diese Restaurants nicht selbst. Besitzt sie nicht einmal selbst. Burger King vergibt nur die Rechte an der Marke. Und hat dafür ein ganz besonderes Franchise-System entwickelt. Und so sieht es aus. In der Regel baut ein Investor das Restaurant und vermietet es an den Restaurantbetreiber, den sogenannten Franchise-Nehmer. Der Franchise-Nehmer trägt die Kosten für die Inneneinrichtung. Außerdem zahlt er an Burger King eine einmalige Aufnahmegebühr und dann monatlich 5% vom Nettoumsatz als Franchise-Gebühr sowie 5% für Werbung. Und der Franchise-Nehmer zahlt an den Investor Miete. So war es auch im schleswig-holsteinischen Elmshorn geplant. Dort treffen wir Hans von Stosch. Er hatte hier als Investor ein Burger King-Restaurant gebaut und an den Franchise-Nehmer Willi Otto Andresen vermietet. Doch der Standort erwies sich schnell als Flop. Und der Gesamtschaden beläuft sich in der Größenordnung? Ich schätze mal auf 5 bis 7 Millionen. Das sind vorläufige Zahlen. Ein Gutachten steht noch aus. Was hatte er sich erhofft? Eine Rendite von 8% auf die Investitionssumme. Das hätte sich dann für Sie auch gerechnet? Hätte sich gerechnet. Die Hypotheken hätten sich abbezahlt im Laufe von 20 Jahren. Und so lange war auch der Franchise-Vertrag. Das ging für mich auf. Im Burger King-System tragen ausschließlich Investor und Franchise-Nehmer das Risiko. Nicht aber Burger King selbst, kritisiert Anwalt und Franchise-Experte Dr. Matthias Reif. Läuft es gut? Prima. Kriegen die ihre Franchise-Gebühren? Läuft es nicht gut? Ist der Schaden auf der anderen Seite. Das ist ein durchaus ungewöhnliches Konzept, soweit ich das überschauen kann. Und ist auf jeden Fall von der Risikoanalyse sehr vorteilhaft für die Burger King-Zentrale. Und sehr, wenn es schief geht, sehr schmerzhaft für die Investoren. Und für Franchise-Nehmer wie Willi Otto Andresen. Denn Burger King hat den Franchise-Vertrag im Februar 2012 fristlos gekündigt. 20, 25 Mitarbeiter, die mussten sich alle entlassen. Und auch die haben kein neues Zuhause gefunden. Die mussten auch erst mal zum Arbeitsamt sich melden. Es tut einem weh. Es ist unangenehm. In einer Ansicht. In einer Ansicht sage ich ja. Es ist schön, dass es weg ist. Sind Sie erleichtert? Ja. Dass ich auf einen Haufen Schulden setze, tut natürlich immer noch weh. Aber im Prinzip ja. Der Druck ist nicht mehr so da, den ich mal hatte. Er ging als wohlhabender Mann rein und kam als Armahmann raus. Andresen hat neben dieser Filiale in Elmshorn auch sein zweites Restaurant in Hamburg-Harburg verloren. Burger King kündigte die Franchise-Verträge in beiden Fällen fristlos. Beide Male, weil Andresens Filialen angeblich die Burger King-Standards nicht mehr erreichten. Die werden in einem umfangreichen Handbuch aufgeführt. Neben Hygiene, Sauberkeit und Freundlichkeit werden selbst kleinste Handgriffe bis ins Detail vorgeschrieben. Burger King-Kontrolleure prüfen regelmäßig, ob die Standards auch eingehalten werden. Fallen die Kontrollen schlecht aus, droht die Kündigung. Wir wollen wissen, wie es bei Herrn Andresen zu den Kündigungen kam. Denn eigentlich kannte er sich bestens aus bei Burger King. Er hatte sich 20 Jahre lang im Unternehmen hochgearbeitet und schließlich die beiden eigenen Filialen als Franchise-Nehmer eröffnet. Also im Oktober 2001 habe ich das erste Mal meinen eigenen Burger King, meinen eigenen ersten Burger King eröffnet. Und war sehr glücklich, war sehr zufrieden, war unheimlich stolz mit allem, was dazugehörte. Und genau ein Jahr später, wirklich... Da sahen auch die Umsatzzahlen gestimmt. Das erste Jahr hatten wir wunderbare Umsatzzahlen und dann fast genau, auf den Tag genau ein Jahr später, hat sich McDonald's angesagt und hat dann hier eine Filiale eröffnet. Das Ende vom Lied war dann, dass die Umsätze um fast 50 Prozent gefallen sind. Dann startete Burger King vor drei Jahren eine Modernisierungsoffensive. Der Umbau hätte Andresen mehrere hunderttausend Euro gekostet. Der Franchise-Nehmer konnte sich das aber nicht leisten und war auch laut Vertrag mit Burger King zu diesem Umbau gar nicht verpflichtet. Er habe deshalb abgelehnt. Danach habe Burger King die Filialen verschärft kontrolliert. Und dann kamen diese Restaurantbesuche mit den schlechten Bewertungen. Intensiv, die Restaurantbesuche. Ja, die waren dann alle zwei, drei Wochen verstanden, fanden die dann statt. Mit ganz schlechten Bewertungen und wegen Kleinigkeiten. Dabei seien die Kontrollen zuvor stets ohne große Beanstandungen abgelaufen, sagt Andresen. Nun aber wurde er abgemahnt. Schließlich wurde ihm wegen angeblich erheblicher Mängel fristlos gekündigt. Andresen hält die Kontrollen für Schikane und kämpft gegen den Rausschmiss. Er klagt gegen die Kündigung. Auch sein Anwalt kritisiert die Kontrollen. Was werfen Sie denn Burger King jetzt im Fall von Herrn Andresen konkret vor? Man hat eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen, die schlichtweg nicht gerechtfertigt war, weil die Fakten, die in dieser Kündigung zur Runde lagen, nicht vorhanden waren. Es werden dort Beispiele aufgeführt in diesem Bericht, der letztendlich die Abmahnung und damit dann die außerordentliche Kündigung zur Folge hatte. Dass die Shake- und Ice-Maschine nicht gereinigt wäre, jetzt muss man dazu wissen, dass es eine selbstreinigende Maschine. Da sehen Sie schon mal, welcher Sinnhaftigkeit diese angeblichen Verstöße sind. Aber man hat seitens Burger King doch immer wieder gesucht, gesucht, gesucht und angeblich, denn rein subjektiv, Empfinden des Prüfers, Verstöße festgestellt. In erster Instanz wurde Andresens Klage abgewiesen. Grund, seine Mitarbeiter hätten gegen die Uniformpflicht verstoßen. Allerdings stellen die Richter klar. Das ist schon sehr großer quasi sklavischer Aufmerksamkeitbedarf, um ständig sämtliche Regelungen dieses Handbuchs zu beachten. Andresen hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Er will weiter kämpfen. Wir konfrontieren den Deutschlandchef von Burger King, Andreas Borg, mit den Vorwürfen. Ein Interview vor der Kamera lehnt er ab. Schriftlich lässt er uns mitteilen. Der Franchise-Nehmer hatte gegen verbindliche Vorschriften verstoßen. So wurden die Vorgaben zur Produktqualität und zur Mitarbeiterbekleidung wiederholt nicht eingehalten. Die Kündigung steht in keinem Zusammenhang mit der Nicht-Teilnahme an Modernisierungs- oder Remodeling-Programmen. Merkwürdig im Fall Andresen? Die Prüfer der amtlichen Lebensmittelüberwachung hatten bei ihren Kontrollen keine wesentlichen Verstöße gegen das Lebensmittelrecht festgestellt. Das zeigen Prüfberichte, die uns vorliegen. Wir erfahren von noch einem Rechtsstreit. In Hamburg hat Burger King einem weiteren Franchise-Nehmer gekündigt. Vor Gericht aber verloren. Es ging um diese Filiale. Anlass für die Kündigung auch hier angeblich erhebliche Verstöße gegen die Qualitätsstandards. Der Franchise-Nehmer will sich nicht vor der Kamera äußern. Er hat noch laufende Verträge mit Burger King. Sein Anwalt erzählt uns von Kontrollen. Ganz ähnlich wie im Fall Andresen. Plötzlich wäre das Restaurant seines Mandanten bei Kontrollen immer durchgefallen. Das war völlig schlagartig mit einem konkreten Datum der Fall und hat sich dann kurzfristig angeblich wiederholt. Das heißt, in einem kurzen Zeitraum sind Kontrollen so negativ ausgefallen, dass dann die Abmahnung kam und kurze Zeit später auch die fristlose Kündigung des Vertrages. Das Besondere ist eigentlich an diesen Fällen, dass wir hier Franchise-Nehmer haben, die eigentlich bisher unangreifbar waren. Die schon sehr lange bewiesen haben, dass sie gute und seriös arbeitende Franchise-Nehmer für Burger King sind. In diesem Fall weit mehr als ein Jahrzehnt. Und die sollen urplötzlich in den ganzen Qualitätskriterien total abgefallen sein. Und nun ein Burger King-Restaurant betreiben, was angeblich nicht mehr in der Kette haltbar sein soll. Auch hier hat der Kontrolleur Verstöße, etwa gegen die Kleiderordnung und Hygienemängel wie Kaugummiflecken angeführt. Da gibt es immer viele Kleinigkeiten und der Kontrolleur kann entweder sich auf die wichtigen lebensmitteltechnischen Fragen fokussieren oder er kann, wenn er dann das Haar in der Suppe suchen will, sich auch an dem Außenzustand des Restaurants abarbeiten sozusagen. Da wurde zum Beispiel bemängelt, dass ein Tor offen stand, wo hinter der Müllcontainer war. Aber just an diesem Tag wurde der Müllcontainer abgeholt von der Firma und deswegen musste das Tor offen sein. Zwar habe sich der Franchise-Nehmer nicht an alle Vorgaben gehalten, so die Richter. Sie stellen aber klar, alles in allem sei dies... Kein ausreichender Grund für eine außerordentliche Kündigung. Gegen das Urteil hat Burger King Berufung eingelegt. Was hat es mit den internen Qualitätskontrollen von Burger King auf sich? Welche Bedeutung haben sie? Wir treffen einen Insider aus dem Management von Burger King. Er hält die Zweifel an den Kontrollen für berechtigt. Kriterien, die für die Gewichtung der Kontrollen sehr wichtig sind, wie Sauberkeit und Hygiene, sind sehr allgemein und auslegungsbedürftig. Da gibt es keine klaren Vorgaben. An solchen Stellen hat der Kontrolleur sehr viel Spielraum. Und gerade hier wird zum Teil sehr unterschiedlich bewertet. Da liegt es natürlich schon sehr nahe, dass eine Politik damit verfolgt wird. Kann es sein, dass Burger King die Kontrollen als Druckmittel einsetzt? Sollen die Franchise-Nehmer so zur Modernisierung gedrängt werden? Fest steht, die Restaurantbetreiber tragen den Hauptteil der Kosten, erfahren wir vom Insider. Das ist problematisch in Deutschland, weil es sehr viele kleine Franchise-Nehmer gibt. Die sind finanziell gar nicht in der Lage, diese Läden zu modernisieren. Mit diesen Franchise-Nehmern könne man nicht mehr zusammenarbeiten. Dass dabei sehr viele Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren oder Franchise-Nehmer als Kollateralschaden ihrer Existenzen, das gehört einfach dazu. Wir fragen Burger King, will man die kleinen Franchise-Nehmer loswerden? Die Zentrale in München wiegelt ab. Eine Reduktion der Zahl der Franchise-Nehmer in Deutschland ist derzeit nicht vorgesehen. Doch uns liegen andere Aussagen von Deutschlandchef Borg vor. Danach soll er im April 2012 intern angekündigt haben, die Zahl der Restaurantbetreiber drastisch zu reduzieren. Wir hören von mehr als 20 Betroffenen, deutschlandweit, Investoren und Franchise-Nehmer. Auch in Berlin treffen wir einen, der gegen Burger King vor Gericht Erfolg hatte. Die Geschichte von Carsten Kessel und Burger King begann 1993. Ja, das ist unser erster Laden hier, den wir aufgemacht haben, beziehungsweise von der Company übernommen haben. Und leider dann eben auch der Laden, den wir dann noch zumachen mussten zum Fluss. Nach und nach eröffnete Carsten Kessel sieben Burger King-Filialen. Weitere seien damals in Planung gewesen. Das Geschäft sei zunächst gut gelaufen, erzählt er. Doch dann habe er entdeckt, dass die Franchise-Nehmer in England niedrigere Einkaufspreise bei Softdrinks zahlten als er. Kessel wehrte sich gegen die ungleiche Behandlung. Irgendwann habe ich dann angedroht, dass wir einen neuen Franchise-Verband gründen würden. Und eine Viertelstunde, nachdem ich das sozusagen Burger King per Fax mitgeteilt hatte, hatte ich dann Kündigungen per Fax von allen Restaurants meiner Männer eine Viertelstunde später auf dem Fax liegen. Die Kündigung war aus formalen Gründen unwirksam, entschied damals das Kammergericht Berlin. Doch da waren Kessels Vermieter bereits über die Kündigung informiert. Auch sie wollten ihn nun loswerden. Ein weiteres kostspieliges Verfahren habe er sich nicht mehr leisten können. Am Ende ging er pleite. Das war natürlich eine Zeit, Sie müssen sich vorstellen, das war ja eigentlich unser Lebenswerk. Und jetzt ist eigentlich alles zusammengefallen. Und wir hatten ja noch etliche Restaurants in petto, also Standorte. Und wie gesagt auch einen voll ausgebaut, sodass wir eigentlich getroffen waren natürlich. Und es war eigentlich die schwerste Zeit meines Lebens, das kann ich dazu sagen. Burger King begründet die Kündigung unter anderem mit Zahlungsrückständen und Verweigerung von Qualitätskontrollen. Darüber hinaus bittet das Unternehmen um Verständnis, dass eine Stellungnahme zu dieser komplexen und langwierigen juristischen Auseinandersetzung nicht möglich ist. Damals war Kessel mit sieben Filialen der größte Franchise-Nehmer in Deutschland. Da baute Burger King auf Familienunternehmen und betrieb noch Filialen in Eigenregie. Heute, so unsere Recherche, verfolgt Burger King offenbar eine andere Strategie. Setzt auf große, finanzstarke Partner. Ein Indiz dafür könnte der Verkauf aller 91 konzerneigenen Restaurants an einen einzigen Käufer Anfang Mai sein. Über Nacht wird die Jiko Holding zum größten Franchise-Nehmer in Deutschland. Die bestehenden Filialen will sie modernisieren. Sparen will der neue Geschäftsführer Ergün Yildiz dagegen wohl an anderer Stelle. Betriebsvereinbarungen werden gekündigt. Es gibt keine Mitsprache mehr bei den Dienstplänen. Umkleidezeiten gelten nicht mehr als Arbeitszeit. Für Guido Zeidler von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ist klar, der neue Betreiber will so Kosten senken. Auf dem Rücken der Mitarbeiter. Das ist schon ein sehr einmaliger Vorgang in der Schnelligkeit auch. Man muss sich das wirklich vorstellen. Am Anfang des Monats Mai wird dieser Verkauf publiziert. Und in der nächsten Woche fangen dann schon die Maßnahmen an. Das ist schon eine Geschwindigkeit, die haben wir so noch nicht gesehen. Das ist schon im negativen Sinne sehr bemerkenswert. Die ehemaligen 91 konzerneigenen Burger King-Filialen sind über ganz Deutschland verteilt. Wir wollen uns auch hier ein eigenes Bild machen. Wir schicken unseren Undercover-Mitarbeiter dieses Mal nach Köln, in eine der Filialen von Yildiz. Rund sechs Wochen nach der Übernahme ist für unseren verdeckten Mitarbeiter Dienstbeginn. Nach ersten Gerichtsentscheidungen hat Geschäftsführer Yildiz einige Verschärfungen wieder zurückgenommen. Im Aushang informiert er, dass etwa das Umkleiden wieder als Arbeitszeit gilt, Dienstpläne wieder dem Betriebsrat vorgelegt werden. Dennoch, ein Mitarbeiter beschwert sich über unfaire Strafarbeit. Nur weil er es gewagt habe, seinem Chef zu widersprechen, erzählt er unserem Undercover-Mitarbeiter. Andere klagen über großen Druck. Die Filiale sei unterbesetzt. Mehrere Kollegen mussten schon gehen. Ihre Verträge wurden nicht verlängert. Inzwischen geht unter den Mitarbeitern die Angst um, Angst um ihren Arbeitsplatz. Unser verdeckter Ermittler erzählt von seinen Erlebnissen. Burger King beschreibt sich ja als ein Unternehmen, in dem es sich lohnt, als Mitarbeiter einzusteigen, sozial orientiert. Welches Klima haben Sie denn vorgefunden? Ich fand ein Klima voller Druck und Misstrauen. Die Mitarbeiter waren oft verunsichert. Meiner Meinung nach kamen viele Mitarbeiter in die Arbeit mit Druck, mit der psychischen Belastung. Die Mitarbeiter haben mir das auch sofort erzählt, haben auch sofort gesagt, du tust mir leid, wenn du hier anfängst. Wir konfrontieren Geschäftsführer Yildiz mit unseren Recherchen, bitten ihn um eine Stellungnahme. Eine Antwort bekommen wir trotz mehrfacher Nachfrage nicht. Deshalb wollen wir im Konzern Hauptsitz nachfragen, fliegen nach Miami, zu Burger King Worldwide. Auf der Homepage wird für Vertrauen und Respekt gegenüber Franchise-Nehmern und Mitarbeitern geworben. Doch wie vereinbart sich das mit den Methoden, die wir recherchiert haben? Das wollen wir Konzernchef Daniel Schwartz fragen. In mehreren Telefonaten und E-Mails kündigen wir unseren Besuch an. Doch bei unserer Ankunft werden wir an der Pforte vom Sicherheitspersonal abgewiesen. Die Pressestelle lässt uns ausrichten, dass niemand für ein Gespräch zur Verfügung steht. Wir reichen unsere Fragen schriftlich ein und fragen später erneut nach. Keine Antwort. Bis heute hat Burger King Worldwide nicht auf die kritischen Fragen reagiert. Wer steckt hinter dem Burger-Konzern? Wem gehört Burger King? Das Unternehmen wurde 2010 von einer brasilianischen Investmentgesellschaft gekauft, 3G Capital. Die stellt auch den Konzernchef Daniel Schwartz. Kurz nach der Übernahme hat 3G Capital weitere Posten im Top-Management mit eigenen Leuten besetzt und einen harten Sparkurs eingeleitet. Was sich für die großen Investoren inzwischen auszuzahlen scheint. Anfang des Jahres meldete Burger King einen Gewinnsprung. Die Aktie ist in den vergangenen zwölf Monaten um rund 20 Prozent gestiegen. Wir wollen mehr über solche Investments-Gesellschaften wissen. In Frankfurt am Main sind wir mit einem Finanzexperten verabredet, der die Ausrichtung solcher Gesellschaften genau kennt. Investmentgesellschaften wie 3G Capital gingen immer nach dem gleichen Muster vor, erklärt uns Professor Udo Steffens. Es gibt viele, die gehen massiv rein und wechseln im Wesentlichen zunächst das Top-Management aus, setzen ihre eigenen Leute dort in die verschiedenen Positionen und versuchen auf diese Weise dann eben Zugriff auf die Prozesse zu bekommen, um das vermutete, oft auch tatsächlich vorhandene Potenzial letztlich zu heben, um dann das Unternehmen neu zu positionieren, um dann meistens über die Börse dieses Unternehmen mit einem Vielfachen des Initialwertes zu verkaufen. Der Investor 3G Capital sei in der Finanzwelt für sein aggressives Vorgehen bekannt, so Professor Steffens. Investmentgesellschaften, wenn die in Unternehmen einsteigen, welche Ziele verfolgen die denn? Die Ziele sind relativ einfach. Sie haben Geld eingesammelt bei Investoren, das heißt also Menschen, die Geld zur Verfügung gestellt haben und die erwarten eine Rendite. Das heißt also, das wesentliche Ziel von Investmentgesellschaften oder Private Equity Firmen, je nachdem wie sie ausgestaltet sind, ist es, Rendite zu machen und letztlich die Investition zu verdoppeln, zu verdreifachen oder sogar mehr zu machen. Was ist denn der Unterschied so zum klassischen Unternehmer? Die Unterschiede zwischen einem klassischen, zum Beispiel sogar inhabergeführten Unternehmen sind eigentlich die der Fristigkeit. Das heißt, wenn ich selber Unternehmer bin, denke ich oft in Dekaden, manchmal sogar in mehreren Generationen. Eine Investmentgesellschaft hat dieses Commitment, diese Verbindung zu diesem Unternehmen, also auch eine emotionale Verbindung in der Regel nicht, sondern hier sprechen eigentlich die nackten Zahlen. Während die Großinvestoren von den aggressiven Methoden der Burger King-Bosse profitieren, blicken viele Franchise-Nehmer sorgenvoll in die Zukunft. Das belegt ihr Appell an Deutschlandchef Andreas Borg von Mitte Juni. Wir können nicht untätig zusehen, wie sie offensichtlich zulassen, dass die Marke für die und von der wir alle leben nachhaltigen Schaden nimmt. Der ehemalige Franchise-Nehmer Willi Otto Andresen lebt heute vom Einkommen seiner Frau. Sie hat ein Hamburger-Restaurant mit eigenem Label eröffnet. Ihre Angebote setzen sich klar von der Konkurrenz ab. Nach nur zwei Jahren zeigen sich erste Erfolge. Frau Andresen macht heute fast so viel Umsatz wie ihr Mann damals mit seinem Burger King-Restaurant. Saifuddin Kamal hat sich außergerichtlich auf eine Abfindung geeinigt und arbeitet heute nicht mehr bei Burger King. Er hat inzwischen einen neuen Job gefunden. Carsten Kessel hat gerade einen Verein für Franchise-Nehmer gegründet. Er will Neueinsteiger beraten, sie vor möglichen Fallstricken bewahren. Und er will sich aktiv für mehr Fairness einsetzen, wenn Kleinunternehmer und Großkonzerne gemeinsam Geschäfte machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017